Oh, ich hab' offenbar von dieser Tante grad dieses Zeug bekommen, mit dem ich Maschinen steuern kann. Oder zumindest machen kann, dass sie mich mögen. Ich drück' mal hier drauf. Ach, da geht noch mal der Film los, denn der erklärt, was der... was ist dieser Possession? 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 Possession, würde ich sagen. Ja, Kram kann. Nutzen wir mal ne Maschine. Ist das ne Maschine? Aber ich kann ein Tiket kaufen. Ich teste das erstmal an dieser Maschine. Rechte Maustaste, oder was? Hi. Nope. Habest du noch mehr davon? Ne. Okay. Okay. Die Tür ging auf, als ich das da... machte. Und was hat das Ding eigentlich gemacht? Wer weiß. Hi. Die Tür. Die Tür. Komm schon, lass mich durch. Die Tür. Die Tür. Ähm... Offenbar ist der Zufall eher... auf Kopf... und werden mich jetzt für immer so angucken. Na gut, komm her. Die Tür. Ich hab' dir gesagt. Hm. Ich finde das nie so satisfying, wie ich dachte. Was war das? Okay. Wenn ich mich richtig erinnere, steht auf diesem Settle, den ich willkommen habe, dass ich nicht die 77 nehmen soll. Wer spricht? Weg. Ich will. Verschwinde. Danke. Ups. Hoho. Okay. Ähm. Was ist das? Gruselig. Zuck... Zucker... Falsche Taste. Ich will weg. Zuckerwatte? Schokolade? Ich will die Zuckerwatte verschwinden. Blödes Gerät. Dann halt nicht. Ähm. Jo. Hier kann ich diesen Salzkram kaufen. Powerful Vigors. Was offenbar so ne Art Magie ist. Mhm. Verkauft. Jetzt hab' ich das wieder. Cool. Und ganz so mein Guide verloren. Na gut. Äh. N. Okay, die Richtung. Fässer. Nichts drin. Nichts drin. Oh, oh. Wir singen. Wir singen. Die beiden singen nicht. wir hängen herumschweigen sich an. Wo hab' ich da gesehen? Er sieht odious. taел? Er sieht gerade so gut mit mir. Danke. Du bist ein lebende, schwebende Skandal. Meine Frau Comstock, natürlich. Der Prophet schützt sie und sie schützt sie. Oh, diese arme Frau. Die Sache, die sie zufrieden hat. Auch zurück in 5 Minuten. Meine Hand ist grün, meine Hand ist grün. Warum? Was ist passiert? Was ist hier los? Warum ist das alles so schön? Nichts drin. Hup, hup, hup. Hup, hup. Diese kleine Schönheit? Ah, die ganze Division hat sie. Wenn wir die Box aus dem Skyline-System haben, Wir müssen das beste haben. Haben sie noch keine Eröffnungen in der Gruppe? Ich würde gerne ein paar Vox-Skandal. Hä, hä, hä. Ich glaube, das ist eines der Geräte, die ich auch noch bekommen werde, mit denen ich an diesen Skylines, die so überall rumhängen, umher fahren kann. Sondern U-Bahn. Im Besser riechend. Was ist passiert? F-Hotow-Look. Warum ist das so? Bestimmt ein gutes Zeichen. Piu, 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 piu. Ich helf dir. Du ist alleine. Piu, 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 piu. Komm her! Piu, 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 piu. Kann man hier irgendwas ausrauben? Ein schönes Vox-Phone? Wer ist sie denn, Jot? Madame Letesse. Ich habe alle deine Bücher über die Wissenschaften gelesen. Mama sagt, es ist nicht eine richtige Arbeit für eine Frau. Aber ich denke, sie ist sehr stolz von unserer Leidenschaft. Ist es wahr, dass du nur die Frau in der Tauern besitzen kannst? Wenn das Lamm auch leidig ist, würde ich gerne sie treffen. Denn wir würden viel im Zusammenhang haben. Wärmste Regarde, Constance. Okay. Geld. Was ist los? Warum ist das so? Okay, offenbar bin ich hier. Bin ich hier der Arsch. Darum darf mich der Typ auch nicht bemerken. Darum darf mich der Typ auch nicht bemerken. Kann ich entdecken, was auf dieser Karte stand, glaube ich. Okay. Ein bisschen Kram ausrauben. Eine blaue Police Box. Oh, ich bin jetzt. Das ist so.